Ich gebe mir selbst alles, was ich brauche. Klare, schnelle und vielleicht auch ungewöhnliche Entscheidungen bringen mich jetzt voran. Ich setze sie sogleich in Taten um. Auch Abschied und Loslassen bereichern mein Leben. Ich gebe mir selbst sehr großzügig. Gute Dinge kommen ganz einfach zu mir. Ich bin offen, mein höchstes Gut zu empfangen. Ich ehre und wertschätze meine Kreativität und alle meine Ideen. Ich folge meinem Herzen. Ich kann jetzt die Realität erschaffen, die ich möchte. Ich kenne meinen Lebenszweck und bringe diesen jetzt zum Ausdruck. Ich lade das Gute in mein Leben ein. Ich umgebe mich mit Dingen, die meine Lebendigkeit und meine Energie zurückstrahlen lassen. Ich wähle jetzt die Realität, die ich erleben möchte. Ich weiß, dass ich die Realität erschaffen kann, die ich möchte. Ich weiß, dass meine Seele voller Überfluss ist. Mein Leben ist voller Wunder. All mein Geld ist Energie und wartet darauf, dass es Gutes in meinem Leben erschaffen kann. Alles Geld, was ich ausgebe, bringt mir Freude. Geld fließt unaufhörlich in mein Leben. Mein Geld arbeitet für mich und mein Wohlstand, meine Freude und meine Lebendigkeit zu vergrößern. Mein Geld ist die Quelle alles Gute. Meine Ersparnisse sind ein Magnet für noch mehr Wohlstand und Überfluss. Wenn ich tue, was ich liebe, fließen Geld und Wohlstand frei zu mir her. Alles Geld, das ich ausgebe, bereichert die Gesellschaft und kommt mehrfach zu mir zurück. Alles, was ich gebe, ist ein Geschenk an mich selbst. Der Erfolg aller anderen trägt zu meinem Erfolg bei. Ich lebe in einer reichen Welt. Ich schwimme im Überfluss. Ich sende anderen Menschen gute Energie für die Vermehrung ihres Wohlstands. Ich verdiene Liebe, Freude im Überfluss. Ich verdiene Reichtum in allen meinen Beziehungen. Ich wähle genau die Realität, die ich erleben möchte. Mein Höheres Selbst bringt mir alles, was ich brauche, zur idealen Zeit auf die perfekte Weise. Während ich anderen zu gewinnen verhelfe, gewinne ich auch ich. Ich bin voller neuer Ideen und ich setze sie erfolgreich um. Ich erreiche meine Ziele und erfülle meine Wünsche und Sehnsüchte. Ich erwarte, dass nur das Beste geschieht und das tut es auch. Ich kenne meine Größe und ich ehre meinen Wert. Ich kenne meinen Wert und ich achte mein Verdienst. Ich wertschätze mich selbst. Ich lausche der Weisheit meines Herzens. Ich nehme mir die Zeit, mein Gefühl zu befragen, was ich möchte. Ich vertraue darauf, dass alles zur perfekten Zeit auf perfekte Weise zu mir kommt. Ich bin bereit dazu, genau die Realität zu erschaffen, die ich möchte. Mein Wert steigert sich durch alles, was ich durch meine Kreativität zum Ausdruck bringe. Wenn ich dem Weg meines Herzens folge, bin ich immer mit Reichtum versorgt.